Was, was glaubst du, machst du am meisten falsch im Team? Ja, fragt das *** aus jeden Sola, ne? Falls das grad falsch rüberkommt. Mich hat nicht gefragt. Ja, Johnny, wie geht's dir denn? Achso, und was machst du so viel Fehler? Weil wir Red-Set sind, würde ich quenban. Seraphine und Lee, hatte ich jetzt gedacht, weil die Lee flexen können. Hatte ich schon einen Mundo-Reverk? Also, was gibt's dazu? Falsch nicht. Glaub ich, haben wir Kacke. Bis, Liebeslust? Ja, okay, okay, okay. Hatte ihn jetzt ein paar Mal in Games und da war es eigentlich immer non-factor. Hatte er irgendwas krass Neues? Ja, das Einzige, also zwei Sachen. Seine E, wenn der damit last hittet, ist das eine Sion E und kickt dann noch das Minion weg. Und seine W, während er die aktiviert, ist das quasi Vitam Kench E, dass er so schild... Achso, der ist dort dann so Greyhull. Genau, und das für 50% wieder restoren kann. Alter, Alter, hab dir jetzt den gespielt. Alter, hab ich jetzt zu testen. Ist ja der Jungler top. Ja, ich hab ihn beide, beide auf beiden. Das ist einfach für starke Fix, genau. Also, Estreal ist offen. Äh, Dennis hat mir gestern gecallt, dass Estreal de Ona ziemlich broken sein soll. Wollen wir mal spielen hier? Sollte auch gut sein. Ja, Leola ist auch gut. Den hier Rakan Twitch ist, das sollte das perfekt sein, ne? Weiß ich mal, die Hiker geben. Ist der wieder ein Ding jetzt nach dem Patch? Ja, weiß, weiß ich noch nie, weiß ich nicht. Willst du Trunnel hier flexen? Wir könnten Trunnel hier flexen, ne? Ja, so gut, dass man hier flexen kann, ne? Ich glaub, die beiden Sunrow auf dem ist schon gut. Nein! Unlucky. Ja, nächste, nächste Chat will eigentlich mal die 20. Ja, da hol ich mir nochmal schnell was zu trinken, ne? Gut, geh ich mal ganz schnell auf Flanette. Also, hey, tschüss, guten Morgen. Hey. Ja, so Front to Back gewinnen wir auf jeden Fall auch mit Trunnel, glaub ich nicht. Boah. Ey, Front to Back, ey, die können auch gar nix machen. Mach mal, mach mal Wohlibeer. Alter, ey, 0 Sekunden. Zum Glück die schnellste Tipp der Deutschlands, ey. Ja, das muss man auch können als Competitive-Spieler. 0 Sekunden sind immer noch 4 Sekunden. Gib das mal Sola, Alter. Ja, Sola ist aber auch nicht Master, das ist okay, ne? Er hat die Mechanics nicht. Gleich ist der Tisch durch. Und dann zerstören wir die, Phil. Du machst Top to Board, right? Ich mach Top to Board. Und Mundo ist Early auch noch nicht tanky. Ja, so ist das. No worries. Yasuo ist ein bisschen stärker als in den Early-Level-Fights. Ich hab geintet. Pass jetzt. Aber den Wort hab ich bekommen. Okay. Mundo wird sich runterjunglen, ist topside. Können wir trotzdem für den Level-2-Allen gucken? Wir haben keine kleine. Ja, ja, ja. Komm nicht ganz ran. Aber wir können jetzt auf jeden Fall wegstauen. Mundo ist hier. Oh. Mundo fallen. Ich werd flashen müssen. Wirds auch nach dem Engage gucken, ne? Ich geh nach dem Ken rein. Die haben halt... Ja, ja, ja. Bitch. Flens raus, nice. Ich würd hier einfach ein Recoil nehmen. Jo. Hast du den Q-Blocken? Ja. Sehr guter Recoil. Bot hat noch nicht mehr Sinn. Aber wenn die Drake geht, f*** komplett in den Recoil. Also dann nehmt das Worth is. Kannst anschließen, ne? Mundo spotside. Aber nicht risken. Ich hör dir nicht viel. Ich hör dir nur einen. Können wir nicht testen. Ich glaub ich nicht. Glaub ich auch. Ist mittelrotiert, ja? Ne, ne. Mach der den aber alleine, ne? Ja, die Bot ist nicht auf Drake. Ich kann mal throw. Ich kann auch mal hinhofen. Ja, lass mal hinhofen. Ich move aus Base zur Krabbe. Okay. Ja, lass für Harald spielen. Bist du, bist du fein Solo-Bot oder? Ja, ja, ja. Ja, ich glaub ich kann auch schon wieder runter gehen, oder? Ja, ich würd auch sagen. Im Dive oder was? Ja, der hat sich gecombot und als er gesehen hat, dass du die Seed bist, hat er auch aufgehört. Ja, sehr nett. Ich hab immer noch Hyping. Oh, das war richtig krass. Ich war komplett weg. Ja, ja. Ja, ja, ja. Wie ist denn dein Wave State Card unten so, oder? Reset es. Weil dann gehen wir da nach Base, ich geh nach dieser Wave auf Base und ich geh dann Bot. Und du gehst bitte eine Wave. Weil ich kann Bot einfach die Wave ulten, weißt du? Ich bin jetzt zum Blake gehen wahrscheinlich. Ja, die gehen erst jetzt zum Blake. Ja, jetzt geht's wieder. Du weißt nicht, das sind richtig disgusting, Lex. Wir spielen jetzt, oh die machen Bot Dive. Wir brauchen TP auf Trundle vielleicht. Bubbles. Ich guck für Ult. Ja, Trundle wird nicht TP'n geben. Ich kann nicht TP'n, ne. Da kennst du mich. Was haben die gerade, haben die gerade irgendwas benutzt an Flashes? Nee, ich glaub nicht. Rakan hat vollkommen geused. Ich hab keiner, was Wunder macht. Ich glaub Smite in 20. Lass du danach zu dritt, Mitte. Guck schon. Und wir gucken für ein Playoff. Hier war der Pink, oder? Hast du den schon gecleatet? Hab ich gecleatet, hab ich gecleatet. Yasuo ist hier. Ja, ich müde jetzt auch Mitte. Wollen wir Mitte einfach Harald forsten, oder? Ja, 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 ist gut. Ich geh rauf, ich flash rauf, ich flash rauf, ich flash rauf. Ich deaktiviere, ne. Also deaktiviere ich nicht. Der Harald alleine reicht nicht, also. Ja, wir müssen, wir müssen hinten. Rakan moved. Das reicht immer noch nicht. Starkes Ding. Hast du ne Botlane-Move im Quitsch? Dass sie mich nicht abhangen. Ist ja fein jetzt eigentlich alleine hier, oder? Ja. Sollte. Ich würd Recall mal. Aber ich bin auch fein, ne. Ihr könnt jetzt wieder aus der Base nicht über Mittelt pappen. Das ist völlig okay. Ich hab jetzt Loons. Ich kann einfach Waves eliten. Selbst wenn die mich versuchen zu die. Die gehen nicht auf mich drauf? Ich hab Ul? Du musst flashen, glaub ich. Ah, hast du gar nicht mehr. Ja, keine. Wer war mein? Schmitte? Ich hab glaub ich nicht gerechnet. Wenn wir den Zaun haben, kann ich auch. Hit, 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 hit. Wir one-hitten fast. True it. Nice. Ich bin auch gleich da. Ich bin dead, ich bin dead. 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 Ich hab die Events dann, aber ist fine. Gimmst du mit Lane-Wave, Phil? Ich geh... Ja, ich geh mit. Diven können die mich nicht. Ich bin gleich hinter die TP'n. One wird auch TP'n dann. Aber ohne Ulti. Okay, ich geh. Ich bin locker. Ich bin für Plates hier unten. Ist auch fein. Wir sind grad zu viel stärker auf der Map. Wir können nur... Wir sind 20 Old. Ja, ich move runter. Was machst du mit dem Tower? WTF? WTF? Hä? Ja, das war aber dem Wod ich. Ja, trotzdem. Wir können die Wod so. Nice. Nice. Alle Plates umkommen. Insane. Können wir mich hier catchen? Ja. Ich geb dir Backup. Eine Minute Drake ist das Play, Guys. Dann nehme ich nochmal ein Reset für Wod. Dann lass ich Top-Lane jetzt einfach. Top-Lane sein. Ja, ja. Top-Lane, Top-Lane. Wir können auch Easy-Fight nehmen, ne? Wir gewinnen jeden Fight gerade. Wir gewinnen jeden Fight. Wir gewinnen jeden Fight. Wir werden mit Ornn Rakan trotzdem fighten wollen. Hat Rakan Flash ab? Ja. Ja, ja, ja. Twitch, Flash ist da und sonst zuten alle ab. Wir wollen rein. War der fein? Ne, ne, ne. Fight nicht. Ja, ich will machen. Ornn Rakan. Wir können jetzt spielen, gell? Wir können nicht so stacken. Aber es ist noch wunderbar. Ja, ihr gewinnt den Fight, ihr gewinnt. Bitch, Twitch, Twitch. Oh, f***ing Dings, Alter. Clance raus. 8 Sekunden eh, 8 Sekunden eh. Probier ich noch? Ich hab keinen Clance mehr. Ist immer noch selbe. Du bist sick, oder? Ja, ich bin selber sick, ja, ja. Twitch hat, Twitch hat no Thumbs. Ja, Twitch hat no Thumbs. Geh du bot, oder dann, Pius? Der auch noch kein Clance. Ja, ich geh bot. Ich werde am Reset mit dran. Twitch, kein Flash. Auch keinen Clance. Der hat auch keinen Clance. Wann hast du wieder Flash, Twitch? Hm, dauert noch ein bisschen. Bei einer halben Minuten. Wenn er keinen Clance hat, kannst du auf der Q und wir One-Shot nehmen. Okay, wir nehmen den Fight. Ist nicht Prision. Ne, das war hier in den Wölvenbogen. Wir sehen die Wölvenbogen. Einfach wieder raus. Twitch hat noch eine Minute lang keinen Flash. Die machen Botlane-Play. Wir können Mitte pushen direkt. Ich ulti rein, ich ulti rein. Was für ein Midget hier zwei? Wir gehen direkt durch. Die haben keine Ornn-Ulti, die haben keinen Clip-Ulti. Die haben nichts ab. Die haben keine Mundo-Ulti. Die haben drei Ultis raus. Okay, ich geh auf Twitch raus. Oh, wow. Twitch is dead. Twitch is dead. Twitch is dead. Ich hab Rakan. Ich geh auf Rune. Ich geh auf Rune. Okay. Wir gewinnen. Einfach auf Yasuo. Wir gewinnen. Wann kommt TP rein? Warte, 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 warte. Ich hab keinen. Da, da, da. Der is huge fight, huge fight. Der Midtower ist auch Gigalone, ne? Ja, ich würd den kurz collecten wollen. Mach das. Hast du genug an? 1,30 Streck. Äh. Gute Feins. Joa. Ich dachte auch schön, dass du bleibst. Äh. Twitch geflasht. Ja. Twitch geflasht. Twitch geflasht, das sind's. Können die Nash noch? Geflasht der Twitch? Ne. Hat geflasht. Äh. Wir werden... Drake... Das ist... Ich glaub wir können immer noch contesten. Raus aus Raus. Raus aus Raus. Ja, ich move durch. Oh schön, das hast du. Ja, ja. Hydrakan. Wir können richtig Barrow gehen. Wir können richtig Barrow gehen, oder? Okay, erstmal raus. Ich hol den Twitch. Ich geh auch raus. Boah nice. Ich hab keinen Eger. Ich hab ja so. Ja, 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 ja. Da ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Da ja, ja. Da ja, ja. Ja, ja. Und auch kein Flash. Ja, so und kein Flash. Ja, können wir spielen, können wir spielen, können wir spielen, können wir spielen. Können wir spielen, können wir spielen. Hit, 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 hit. Nice, weiter einfach ohne. Nice. Nash, nur nach der... Actually, wir haben drei Flashes. Ja, wir werden Mitte und Top pushen und dann werden wir Nash spielen. Die müssen auf uns zukommen und wir werden den Fight nehmen. Beziehungsweise, wir spielen mit Trundle über Sideline. Okay, ja. Oh, alles raus. Ja, ja. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Wir haben gecancelt. Wir werden den starten. Wir brauchen noch hier eine Ward. Wir haben keine Six Ult, ne? Ja, ja. Wir starten den nur, damit wir Bot Lane Zeit gehen. Wir turnen, wir turnen, wir turnen, wir turnen. Ornn hat noch Ulti, Ornn hat noch Ulti. Wenn ihr jetzt rausgeht, dann ist es fein. Okay. Kutscher auf Mund um. Kutscher auf Mund um. Bin drauf, bin drauf, bin drauf. Ja. Ich hittet noch mehr mit dem Flip. Ne, wir müssen flippen. Ja, shit. Mal weiter. Weiter. Auf. Ah, ich bin so ein Inzer. Oh mein Gott. Ich werde die hier hitten. Go away. Ne, Mal weiter. Ich werde ja auf den Jasu oben horen. Kann ja auch mal betonen. Ja, nice, schön. Und Hit-Chunk. Schade. Schön, schön, schön. Und Flash-Hoss. Wir können, wir können weiter. Okay, raus, 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 raus. Kommt ihr raus? Ja, alles gut. Alles gut. Oh. Look, look, look. Und die Bürsten? Geht nach oben raus. Geht nach oben raus. Geht nach oben raus. Ich komm zu euch. Ich Flash auf. Nice. Das ist fein. Einfach raus. Wir haben Trundle auf der Side, Geist. Raus, 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 raus. Wir haben hier, hier. Weiter raus, weiter raus. Nächste Wave-Push. Nächste Wave-Push. Ornn hat noch Ulti? Ja, so keine Ulti. Kein Sheet-Bau. Der ist super squishy. Wir sollten nochmal Resetten. Resetten. Im Mundo melden wir eigentlich auch ganz schön weg, ey. Wir können halt durch richtig Hardcore mitnehmen. Okay, raus. Raus. Ich TP, ich TP. Ich geh auf Twitch. Unser Fall war es. Mal Stunt, der war also. Twitch. Nice. Wir haben Twitch. Fokus an, fokus an, fokus an. Der ist ulti, der ist ulti. Der ist bloß noch hier oben. Der hat kein Flash. Der hat kein Flash. Der hat kein Flash. Ich hab CC. Ich hab Stun. Ja, ich muss auf Windwall warten. Ja, wer hat den? Ja, wer hat den? Nice. Mundo ist hier bei mir? Ja, Mundo. Ich hab 16 Sekunden Ulti. Der wird hier rüberflaschen gleich. Alright. Nice. Ich hab 15 Sekunden Villa. Twitch, 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 Twitch. Ich hab Twitch. Nice. Weiter, weiter. Wir können Barrel machen. Ich bin da. Okay, ich bin raus. Nice, nice, nice. Good, nice, good, nice. Ja. Ich geh rein. Raus, 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 raus. Ich find es, ich find es. Der hat Arnold verkackt. Nice. Einfach raus. Run to back, run to back, run to back. Jetzt können wir rein. Weiter rein, weiter rein. Ich komm auf Twitch raus. Flashst du den an? Ja, ja, ja. Oh, GG. Das ist so eine ekelige Hitze. Wird das jetzt hier Ezreal Bart oder Ezreal Leona oder sowas? Beides möglich. Ich, die dann picken die Timecancers. Ich glaube, ich würde Ezreal plus Enchanter gehen. Ezreal Karma. Hört sich richtig gut an hier. Ja. Eigentlich den Malfight. Nee, der Malfight hat absolut gar nichts. Eigentlich den Malfight. 51 wird den Winrate. Eigentlich wollen wir alle den Malfight haben. In Pislow. Gegen Menschen, die keine Hände haben. Ja. Also der mit 1 Spieler. Da habe ich meine Chance gewählt, der mit 1 Spieler. Okay. Ähm. Ich hasse euch alle. Ich möchte mal kurz sagen, dass wir 4 APM Monster haben und einer bei uns im Team schläft. Was haben wir? Aber überlasse ich euch, wer wer ist. Von jetzt nicht verstanden. Mann, weil ich meine Items noch nicht gekauft habe. Danke für die Erklärung. Junge, die Hitze macht mich aber auch einfach fertig. Was soll ich machen? Ich habe so gut geschlafen. Jetzt bin ich richtig müde, ey. Wir können ja nicht all in. Wir können auch nicht all in. Live in 1, die ist zu Winrate. Leute, das kann es doch jetzt nicht sein. Ich disconnecte gleich. Over. Quilcher warte, bis ich 1 LP über dir bin. Over, ja. Ich werde einfach, wenn ich Master 0 Punkte bin, nie wieder spielen auf dem Account. Sonst kann ich mich hier nicht mehr blicken lassen. Okay. Okay. Ich pass von top nach unten. Pass. Okay. So. Ja. Ja. Wenn ich hier Second Blue noch kriegen kann, ist das huge. Sch*** kein Problem. Haben wir jetzt einen Full Focus hin? Ja, ne? Ich hoffe. Ich glaube, wir können für Mitte-Gank gehen, wenn du Zeit hast. Der wird hier resetten und TP'n, glaube ich. Ja, wirklich. Zeit habe ich nicht. Nee, dann mach ich. Dann mach ich. Haben wir Top? Haben wir keinen Flash? Mitlain Super-Junk. Die muss basen. Dann auf Flash. Oh, das entsteht wieder über dich. Wie sieht es hier mit Bot aus? Können wir da... Sender no Flash. 10 AP, 10 AP. Okay, wenn du hier benutzt und jetzt... Tastana ist Mist, die kann TP'n. Ja, wir dive und zahlen auf jeden Fall. Push das ASAP rein. Die haben Vision. Okay. Tastana hat Mitte TP'n. Nice. Die Karma ist so broken, ne? Tastana wird Mitte. Breeze in die Lane. Die Mitte. Rumble-Minnions. Alright, ich bin auch Mitte. Lass mal kurz gucken, was da geht, Kucha. Rumble kann er nicht? Auf Rumble, auf Rumble. Scheiße. Rumble, auf Flash. Ich komm zu dir. Oh. Oh. Ah, my bad. Äh, Kucha, komm mal hier, Top-State in Vayne. Ah, kannst du überhaupt? Ja, ich bin super low. Wird eigentlich wieder callen. Oh, lass doch hier nicht machen. Rumble, kein Flash. Rumble, kein Flash. Ja. Ich hab einen Markup. 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 Ja, ja, ja. Nice. Lass es einfach hard pushen und Harald sitzen. TP'n ist raus. Wenn die wir nicht angraben, können wir rauf. Ich bin auch unterwegs für Backup. Nice. Harald Mitte. Karma kann Mitte Backup. Ich komme, ja. Wir können Rumble einfach weg da. Senna Thumbs? Ähm, hat Flash wieder. Ja, dann lass nicht. Kann das nicht. Die Senna ist sehr weak. Ich werde Rumble auf den Raptoren fighten. Ich komm zu dir nach oben. Ich komm zu dir nach oben. Lass dafür gehen. Ich guck mal, ich glaub ich hab die. Da. Die noch für Senna? Nein, kann aus Base ulten. Nice. Die für Mitte für Turret. Nice. Maybe dead hier. Oh, Kucha. Ja, wir spinnen hier für den Top-Tone direkt. Ja. Kucha, wenn du die hier reinbaitest, hab ich die Senna. Schön. Ulti hierhin. Ich ulti hierhin. Ich ulti hierhin. Ja. Die können nicht vorwärts kommen. Ich guck für Senna. Ich guck für Senna. Okay. Dann go. Komm zu Senna. Komm zu Senna, komm zu Senna. Ich hab ein 10 Flank-Angle. Hau drauf, hau drauf. Nice. Ich komm gelang. Wir geben dir Backup, wir geben dir Backup. Die Stits. Genau, bitte. Tressana kann TP'n. Die Abrat. Oh, Baron? Sollte Baron sein, ja. Ja, wir sind nicht zu Ende. Ja. Okay. 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 Komm mal nah hier. Ja, nah kann ich reinsteppen. Das ist mein Rhythm. Ich hab hier ein Problem. Hab das. Boah. Hier zu Senna. Ja. Ja. Äh. Ja, wir zurück zum Lash. Senna, Senna, Senna. Hier. Die ist gestumpt. Nice. Was ist noch ein Lash? Einfach auf TP'n. Einfach auf TP'n. Nice. Tötet den, tötet den. Wir sind ein bisschen verzweifelt. Aber wir sollten, glaub ich, abbrechen. Oder willst du weiter machen? Ne, ne. Was war das? Wir nehmen jeden Fight hier. Jeden Fight nehmen. Was war das denn? Ich hab keinen Flash. Kein Flash? Ich hab so'n, ja. Wer hat denn einen Knock-up'n? Ja, geht Nash wieder. Nash, warte, warte, warte. Runde 3. Ey. Ey. Okay. Bei dir. Ähm, ich geh die Top-Wave gefährden. Ach, actually sollten wir einfach sofort zur Fit mitgehen. Ja. Bin ja auch insta-fighten eigentlich, ne? Jo, danke Phil. Ja. Ich tippe hier an. Das ist ein guter Fight. Du hast mir die Senna wie unter den Arsch gelegt. Ich war gerufen deswegen. Ja, aber ich muss noch was werden wir setzen. Dann sag mal bitte push. Wir werden gleich ulten, wenn wir unter den Tower sind. Und wenn die Back-up'n sind. Hit den einfach Twirls. Das war ein Flash-up. Ja, können wir spielen auf jeden Fall. Spielt einfach. Äh, ich bin hier dead. Aber ich hab noch Eck. Äh, Geiss. Please. Ne. Punkt. Na gut. Alter. Alter. Der ist über die Wall. Ja, Geiss. Ja, Geiss. Ja, Geiss. Wer wills. Ja, nice Games bis hierhin. Ich bin so kaputt, Leute. It's crazy. Easy. Buddeling.